Weihnachten kann kommen. Ich bin jetzt soweit fertig. Der Adventskranz steht auf dem Tisch, die erste Kerze brennt, meinen Baum hole ich übernächste Woche und die Deko habe ich auch schon mal rausgelegt. Die äußeren Dinge kriege ich ganz gut in den Griff, aber wie sieht es bei mir mit den inneren Dingen aus? Im Evangelium sagt Jesus, darum haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Ich finde, die Ankunft Jesu ist kein äußeres Ereignis, das ich auch noch irgendwie in meinen Kalender kriegen müsste. Jesus ist schon längst da in meinem Leben, ob ich das bemerken will oder nicht. Es liegt einzig und allein an mir, dass ich bereit bin, mich dieser Gegenwart zu öffnen. Ich brauche keine Vorleistungen, damit Gott bei mir ankommt. Es reicht, wenn ich zu Hause bin, wenn er an meine innere Tür klopft. Es reicht, wenn ich bereit bin, meine innere Tür für ihn angelehnt zu lassen. denn es ist nicht mehr der Tür zu werden. Es ist nicht mehr der Tür, wenn ich mir nicht mehr die Tür gew dobre bin. Es reicht, wenn ich jetzt nicht mehr in meinem Leben gehe, es kann ichß, dass ich heute nicht mehr diyor, dass ich das nicht mehr glaube, denn es eher nicht mehr klopft. Und das ist nicht mehr andreut. Vielen Dank.